Die Reinigung eines Nistkastens sollte Anfang Herbst erfolgen. Dazu muss der Kasten zuerst vom Baum genommen und geöffnet werden. Neben Handschuhen sollte eine Bürste und etwas Leitungswasser zum Reinigen des Nistkastens verwendet werden. Auf aggressive Reinigungsmittel sollte man hingegen verzichten. Nun kann man das Nest entnehmen und dieses entsorgen. Anschließend sollte man den Kasten mit einer Bürste und etwas Leitungswasser säubern. In meinem Fall muss ebenfalls die Technik kontrolliert und gereinigt werden. Nachdem alles soweit sauber ist, kann der Kasten zugeschraubt und in den Baum zurückgehängt werden. Untertitelung des ZDF, 2020